Ajo, was geht, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Rage 2. Das letzte Mal ist mir ja schnell geblieben, Freunde. Und wir werden heute, sag ich mal, ein paar Nebenmissionen auf jeden Fall erledigen. Ich hab auf jeden Fall hart Bock drauf und... Ja, Freunde. Okay, ich will jetzt nicht... ...verstehen, warum das Teil jetzt gestartet hat, aber... ...der Teil hat irgendwie gestartet. Das überhaupt liegt daran, dass wir wirklich den Computer und so weiter auch wirklich aktiviert haben. Und die ganzen Zentralsysteme... Gut, dann würde ich mir jetzt auf hier gerne mal verpissen. Und ich möchte auf jeden Fall erstmal hier... ...heraus aus diesem Gebäude... ...weil wir hier mehr oder weniger alles erledigt haben. Und ich würde sagen, wir kümmern uns heute einfach mal so ein bisschen... Oh Gott, das hätte besser sein können. So ein bisschen um ein paar Nebenmissionen sozusagen. Mal gucken, was wir... ...ja, so anstellen können. Kann ich eines dieser Motorradräder nehmen? Nee, geht nicht. Da ist unsere Karre. So, dass wir hier ein bisschen... ...den... ...den guten erhaltener Phönix mal reparieren. Da würde ich sagen... ...letzte Gruppe, ich würde sagen, wir klappern hier ein bisschen diese Fragezeichen ab. Machen nebenbei immer was... ...sag ich mal, neben den Hauptmissionen. Heute ist dein Glückstag. Du hast die Chance, gegen mich zu fahren. Ja, du... ...ich hab höchst... ...Digga, selbst wenn ich die Chance hätte, deiner Mutter zu ficken, würde ich es nicht machen, Alter. Weil keine Zeit. Wir sind da. Ich finde den gefallenen Ranger. Ranger Echoes sind Ranger, die... ...Wineland verlassen haben und nie zurückgekommen sind. Ich finde das gerne, um gefallene Ranger. Ein weiteres Signal von einem Rangeranzug. Aha. Ach nee, das ist Dingens. Eine Lagerkiste. Was schießt denn auf mich? Was haben wir denn hier drin? Okay, wir haben zwei Lagerkisten. Okay, hier ist ein Typ. Äh, komm. Händel, Verkaufsstation, das oder was? Tatsache. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht. Jetzt ist die Frage. Okay, komm, her damit. Wir haben unsere Munition. Mehr brauchen wir nicht. Komm, Jack. Komm, Jack. Aufmachen den Hasen. Okay, schön, dass wir nach unten müssen, wie es so aussieht. Und suchen wir mal den Ranger, der nie zurückgekommen ist. Komm, wir packen mal die Pistole aus. Ist der das? Das ist er. Aufklärung. Papapapapapa. Ah, Waffenkern-Mods. Waffenkern-Mods kannst du deine Waffen, sage ich mal, aufrüsten. Das finde ich gut. Verlassen wir die Hütte, finde den gefallenen Ranger. Haben wir geschafft. Und hier bekommen wir auch, sage ich mal, ein bisschen EP-News. Okay, der wurde entweder, entweder hat er sich selbst erschossen, oder er wurde erschossen. Was hat er gesagt? Habe ich dich verstanden. Naja. So, dann würde ich sagen, wir kümmern uns hier auch. Was? Steifen, durchödeln und verbreiten Chaos. Vernichte den Konvoi, indem du Schwachstellen. Achso. Also, würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt erstens um den Konvoi, oder? Wäre ich auf jeden Fall dabei. So, den gefallenen Ranger-Kameraden. Auf den... Auf den lassen wir mal Ruhe in Frieden. Ja, der Klappdruck. Ja, der Klappdruck. Wäre ich auf den Hasen. So, als nächstes... Wo ist der Konvoi hin? Okay. Na gut. Da würde ich sagen, ab zur nächsten Station. Der Konvoi ist irgendwie weg. Soll uns nicht jucken. Falls wir den finden, legen wir sie um. Falls nicht, Jarak. Oh, Laliwald. Oh, 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 oh. Ich mache heute mal ein bisschen. Ne, Mission. Ich habe immer noch Druck in den Ohren. Das ist mal hier. Aufladestation. Aufladestation dient dazu, die Konvois der Immortal Shirt zu versorgen. Verstehe. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor. Beine. Ich kann leider nicht ganz durchtriggern. Ah. Verstehe. Dann ist es so eine Free-Wurst-Pistole. Ja, geil. Oh, gib ja, Junge. Jetzt geht's. Oh, wie schmutzkatze, Junge. Jetzt spekulatius, Alter. Du bestimmt nicht, Junge. Du bestimmt nicht. Ja, auch nicht, ihr scheiß Opfer, Alter. Was? Ach so. Chuck, weg mit dir, Junge. Wo und so? Von wo? Ach, da oben. Ja, sieh zu, Digga, dass du hier runterkommst, wo und so. Alter, das Ding ist, weil die so viel schlucken, also bist du schwer, sie zu holen. Er lebt halt immer noch. Jetzt ist er weg. Kanaten haben wir. Okay, jetzt wieder hoch. Ach. korrekt, dankeschön. Ein bisschen Moon. haben wir hier die nächste Kiste. Wo ist die andere? Ach, hier irgendwo haben wir die nächste. Ich glaube, hier hoch. Hier oben müsste es ja sein. Erb. Sehr schön. Dann hier runter. Nimm das mit. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Aha, was ist das hier? Also, es wir aktivieren. Somit haben wir irgendwas aktiviert. Auflade-Stadt-Wie? Auflade-Station. So, Juhu und Söhne. Juhu und Söhne. Juhu und Söhne. Juhu und Söhne. Der nächste. Der nächste. Weg. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Oh Gott. Juhu und Söhne. Juhu und Söhne. Sehr schön. Overdrive haben wir auch am Start. Weg mit dir, du Fotze, Alter. So, wer will denn auch Stress hier? Jetzt müssen wir so lange verteidigen, bis das sozusagen fertig ist. Alter, was? Was sind das hier? Hurensöhne. Nein! Oh Gott. Scheiße, Digger. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Alter. Die nehmen ein bisschen. Komm. Ach, scheiße. Das ist aus. Ach, die Dinger schießen auch auf mich. Alter, was die nehmen. Digger, drei Schüsse. Drei fucking Schüsse bist du direkt und willst du mich verarschen? Hammer geschafft. Easy, Alter. Boah, das Wunsch stinkt. Ja, wir die nette Damen haben das auch erledigt. Sehr schön. Diese Solarzellen sind Geschichte. Ach, das hört man gerne. Jetzt können Sie Ihre Mordmaschinen nicht mehr antreiben. Perfekt, Digger. Sehr schön. So, weißt du, was ich jetzt gucke, Digger? Wie viel haben wir jetzt genau? Waffen, so. Ja, ich glaube. 1200. Feld und Waffen-Level freizuschalten. Okay. Aber warte mal. Ich kann nur eins von beiden. Ich kann entweder schnelles nachladen oder... Äh, Dingens. Jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Entweder in eines von beiden. Na gut. Interessant auf jeden Fall. Wir haben aber nur... Ein, nur drei von vier Kisten. Autsch. Autsch, das hat weh. Wieso mal kurz die letzte Kiste freuen, damit wir die auch haben? Ich geh irgendwo in der Nähe. Ich geh irgendwo in der Nähe. Warte mal, jetzt check. Aber wir brauchen ein paar Sachen. Ach, die Dinger. Interessant. Triffst du dich noch mit Bürgermeisterin Lucem? Naja, kümmern wir uns auch noch drum. So, wo ist die letzte Scheiße? Jünger muss das sein, oder? Über mir? Ich guck über mir. Hab mich jetzt full behindert da oben, oder? Hab ich jetzt full behindert, Alter? Wo denn? Ach, hier. Ja, mein. Perfekt, Ort abgeschlossen. So. Nächste Station. Wir klappern jetzt alles ab, Alter. Wirklich. Also, die Folge, die wird jetzt wirklich so... Nebenmission erfüllen. Action. No, was weiß ich. Und damals, Gott sei Dank. Hm. Dinge zu haben, diese Funktion, dass wir, sag ich mal, die Kisten und so weiter echt, ähm... ...ja, sehen können. Achso. Bin grad dabei. Komm, Chuck. Chuck. Geh kaputt. Sehr schön. Was zur Hölle? Alter. Ihr Scheiß-Huerns. Huerns. Weg. Weg. Chuck. Weg, ihr kleinen Ziegangesichtigen. Wer will Streit? Er damit, Junge. Ich brauche es euch. Alle hacke, Peter. Ja, geil. Er ist so schön verbrauchen. Weil keine Gegner kriegen, die am Stort sind. Wo sind die Gegners? Öffne den Scheiß. Euer Scheiß-Huerns, Söhne. Ja, schade, halt, ich's nur da aktiviert, Alter. Autsch. Holy shit. Oh, das ist die restliche Treibstoff-Scheiße. Jawoll. Ja, sehr schön, Alter. Haben wir geschafft. Danke, Madame. So, jetzt wird's hier massakriert. Der Scheiß-Bast. Bastaros, Alter. Weg. Sehr schön. So, wo sind die Küsten? Hier ist's? Hier irgendwo. Da. Hier ist's doch irgendwo in der Archen-Truhe. Nur die Frage, wo? Oh, könnte die... Oh, was ist das? Ist irgendwas abgebrochen? Nee. Wo könnte die Archen-Truhe sein? Habe ich leider nicht angezeigt. Aber hoffentlich nicht so schön zu finden. Öffne den Hasen. Damals. Sesam, öffne dich. Geil, Alter. So, wo ist jetzt unsere Karre? Ab in die nächste Mission. Hä, wo ist unser Auto? What the fuck? Ist unser Auto kaputt? Scheint so. Unser Wagen ist nicht mal da. Okay. Das wird's neu. Wo ist unser Scheiß-Wagen, Alter? Hey, krass. Das ist ein Bug. Das ist ein Teil des Spiels, dass unser Wagen weg ist. Egal. Dann schlappe ich mir einfach einen anderen. Da hängt irgendjemand. So. Hinterm Fluss. Was kann dort sein? Vielleicht das ein oder andere UFO. Vielleicht aber auch. Oh, ich hab' einen schönen Headshot. Hm. Hm. Ah, ihr sagt Stress. Kein Problem könnt ihr haben. Kein Problem könnt ihr haben. Ich glaub' da oben ist was. Meine ich zu glauben. Ist ein bisschen schwer ohne Auto, was da einfach schon ist. Ah, meine Nase, Alter. Ja, scheiß Nase. Pistillen-Park. Was ist hier das Ziel? Wahrscheinlich alle Gegner ausschalten. Weißt du was? Jetzt, ey, Digga. Jetzt geht's los, du Bruder. Holt die Bananen raus, Alter. Jetzt werde ich euch alle auseinandernehmen. Ihr Scheiß müsst ihr steifen. Ja, schon die nächste Overdrive-Station, Digga. Die ganze Overdrive-Nach-Uberdrive-Aktiv-Hin gefüllt. Ach, scheiße. Ach, komm. So, jetzt, äh, die Frage, wo ist die Kiste? Schon mal falscher Weg. Ich glaub's hier irgendwo. Da. So, vier Kisten. Alter, komm, noch mehr Gegnerschleiß, Mann. So, öffne dich. Wo ist das andere? Sehr schön. Tschack. Jawohl. Jawohl. Easy. Easy, sehr schön. Okay, jetzt die nächste Kiste, Mann. Noch eine Einzige. Guck mal, wir haben auch ein Buggy. Was wir fahren können. Ach, da oben. Komm. Ach, komm schon, Alter. Jack, und hier. Sesam öffne dich. Sehr schön. Was haben wir hier? Munition. Sehr schön. Viel Munition. Ach so. Krank, Alter. Ich kann so eine Feuerspur machen. Heftig. Das ist unendlich. Jawohl. Nächstes Gebiet. Boah, jetzt kann ich hier runterspringen, Alter. Das ist ja zu... Zu schmerzhaft. Oh Gott. Oh Gott, der Buggy ist cooler. Jesus. Warte mal, wo ist denn das? Ist das oben auf dem Hügel? Ich glaube schon. Komm, Alter. Mach keinen Scheiß. Und so schnell findet man ein neues, fahrendes Utensil, Digga. Komm, Bruder. Mach keinen Scheiß hier. Oh Gott. Oh Scheiße, Alter. Ich kann ihn nicht reparieren. Verdammt. Was ist das, Digga? Warte mal, ich versuche mal einen anderen Weg zu fahren. Digga, wir haben die Mittelschüsse waren komplett gefickt, Alter. Ach, egal, komm. Fangen wir so. Nehmen wir eine andere Route. Fahren wir die hier. Oh Scheiße. Fuck. Unser Auto ist gefickt. Toll. Scheiße, Digga. Unser Auto ist gefickt. Ich hab's gewusst. Ah, Scheiße, Mann. Unser Wagen ist gefickt. Hier, Digga. Das ist alles für eine Goldgrube, oder was? Wo, Bruder? Wo ist die Kiste? Wo, Bruder? Hallo, wo denn? Wo ist hier was? Bin ich behindert? Ich bin hier. Okay, gut. Jetzt. Wo, du, oder was? Ach, da oben. Nicht? Ach, hier. Ja. Noch mehr? Ach, das hier. Ja, moin, Hammers. Am Ort Fuhl abgeschlossen. Na ja, ich weiß schon. Parkis Law. Dankeschön. Ja, vor Ort haben wir Fuhl abgeschlossen. Geil. So ein bisschen so Jump'n'Run-mäßig. Sag mal, dass es alles erreicht. Und ab geht's hier hinten. Oder wir ficken den kompletten Wagen, Alter. Nein, 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 nein. Ach, Scheiße. Scheiße, Bruder, Scheiße. Ah, da hat ein Pad. Kiste. Etwas für Munition. Ich komm hier oben, oder? Ja. Ja. Jetzt hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier oben, glaub ich. Ja, hier, guck. So, 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 schon mal auch geschafft. Ey, Digga, mein Hals fickt meine Mutter, gerade schwöre. Weiß ich wieso, ich hab so komische Schmerzen, Alter. So richtig komisch, Druck. In der Kehle, ganz, ganz, ganz komisch. Schon seit Tagen, Alter. So. Mach auch kaputt hier, Alter. Lass mich hier durch. Sehr schön. So, da haben wir das geschafft, dann, gehen wir mal dorthin. Sehr schön, schon ein bisschen, die Engine ausnutzen. Ah, das ist ein kaputter Buggy, schon scheiße. Der Buggy, sag schon Buggy. Wo ist unser anderer? Ah, fällt mir nicht, egal. Hör auf, wenn wir mal dorthin. Auch entspannt. Bisschen die Natur genießen. Die sind böse. Bisschen steilten, Alter. Ähm. Was ist denn dort eigentlich? Was sehen wir dann? Ob das dort auch eine Karre ist, oder ich hab die jetzt die jetzige Folge nicht mehr gefunden. Hab auch gar keine Versuche. Ach so. Nein, das war die Scheiße, ein bisschen. Aber zwar hat man das, wenn man es nicht nutzen kann. Ah, ich sehe es schon da hinten. Das ist gut, das kann man gut nutzen, diesen Trick. Zack. Um von der Nacht weh zu kommen, auch ohne Auto. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm schon hier hoch. Zack, hier hoch. Was geht ab? Sehr viele Autos. Wenn du diese Banditen beseitigst, ist dir ihr Wohlwollen sicher. Das war die, wo wir uns in der Weg klatschen. Dann dich weghauen. Dann euch hier drinnen. Wer schießt ihr auf mich, Junge? Wer wagt es, Junge? Da wapp' mal ab, Schätzchen. Wenn ich meine Hose aufmache. Dann hast du Angst vor, Stickung eines Deep Roads. Sehr schön. Ja, easy. Weg. Alle eliminiert, Junge. Wo ist hier was? Wo ist hier was? Was ist hier, Junge? Was ist hier? Ja, damit. Tschack. Tschack, Junge. Elimir, alle Goons geschafft, Alter. Ah, danke, Chef. So, öffne hier. Autoteile, Upgrades für Karren. So sieht's aus. So sieht's aus, Alter. Alles auseinandergefetzt und vernichtet wie sonst. Was, Alter? Ach ja, hier ist noch irgendwas. Ach, da. Hier ist immer noch irgendwas. Ach, genau. Ach, die Wichse. Bisschen. Ah, man weiß. Ja, diese Golem-Scheiße. Sehr schön. Aber das ist auch so. Welche Karre nehmen wir? Wir haben lauter Buggies. Könnte ich auch noch ein theoretisches ein oder andere Motorrad? Könnte ich sogar. Dann nehmen wir doch das ein oder andere Motorrad mit. Warte mal, ist das unsere Motorrad? Also, ist das unsere Pistole? Ja, ist es. Kann ich denn überhaupt einholen, Alter? Alter, die Schauhuren, sohn. Den schaffst du nie, Alter. Den schaffst du nicht. Nein. Bruder, keine Chance, Alter. Ich bin Fool von der Strecke abkommen. Fool. Wenn du sie siehst... Was ist das? Solltest du sie also zerstören, dann haben sie keine Energie mehr, um sie den Arsch aufzureißen. Willi, dieser Auffind bricht gerade einhackend. Man würde jetzt sagen, dass ein Ranger zuerst die Lage dortiert, um später auf alles vorbereitet zu sein. Alter, was nehmen die Junge? Ach komm, Fit, komm. Ach komm. Ich kann das nicht auf mich sitzen lassen, Alter. Ja, das schluckt natürlich erstmal mehr als seine Mutter. Boah, es ist der Wahnsinn. Digga, es ist der Wahnsinn. Wo ist der Uhrensohn? Ach komm, meine Schnauze, Alter. Ja, komm, verpiss dich. Alter, stirbst du mal? Juch, was sie nehmen. Alter, da haben die echt übertrieben, ich schwöre. Das ist der Wahnsinn. Was, die schlucken, das ist echt der Wahnsinn, Alter. Das ist der Wahnsinn. Das war's für heute. Ach dieses Drecksteil, alter. Eioioioioi, alter, juch. Warum wechselst du immer auf die Sche... Komm, Shotgun, Digga. Alter, nee. Komm, ein bisschen Action hier. Alter, das ist fuckt ab, Digga. Komm, hab ich's geschafft. Als wenn, Digga. Als wenn du so viel nimmst, Bruder. Ja, endlich, Alter. Boah. Boah, Bruder. Hey, tu mir das dich an. Das war extrem. Ja, es war anders. Das war anders, ich schwöre. Oh mein Gott, es war anders. Das war anders, anders. Es war nicht anders, es war anders, anders, anders. Boah, das war schon miese. Okay, wo ist Munition hier, Alter, Scheiße. Alter, was ein Action-Massaker, Digga. Das war ja der Wahnsinn. Boah, das war anstrengend. Das war wirklich, Digga, es war... ...wirklich hart anstrengend. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, aber ich hab drei Versuche gebraucht. Jetzt drei, vier Versuche. Bis ein Südisch geklappt hat. Ist da oben was? Nee. Hab ich sie da hinten. Oh Gott. Och, ich bin so dumm. Fettfingert. So, gib mir die Scheiße. Drei von vier, eine ist doch in der Nähe. Also, wo ist die letzte? Was will ich da lang gehen? Okay, der ist schon kaputt. Ist irgendwo in die Richtung. Was ist das, Digga, Alter? Da gehören die Ratten hin, bei Gott. Hier irgendwo in der Nähe, ach da. Boah, sehr schön. Boah, haben wir einiges geschafft. Ja, die Mission hat auch nochmal viel Zeit gekostet, so. So, wo ist unser Motorrad? Hab ich unser Motorrad geparkt? Motorrad. Boah, wie ist das scheiß Motorrad geparkt, Mann. Ich brauch irgendeine Karre, irgendwie sowas. Ich brauch irgendeinen Wagen. Hier ist echt gar nichts mehr, Digga. Kein Dingens, kein Nix. Ach, guck ihr da. Ja, mit der Scheiße, ja gut. Boah, okay, kein Motorrad, kein Gar-Nix. Absolut Motorrad verloren. Ja gut, Freunde, ich möchte das Ganze nicht in die Länge ziehen. Das soll es mit der Folge gewesen sein. Boah, wir haben einiges geschafft. Wir haben hier, aber kann man kurz zeigen, auf jeden Fall hier, wo haben wir das? Hier einiges aufgeräumt. Einiges platt gemacht. In der nächsten Folge kümmern wir uns hier um die Gebiete, wenn wir eine Karre finden. Und dann gehen wir zur nächsten Hauptmission. Aus dem Grund, wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich sage noch ein Wort. Peace out. Peace out. Peace out. Und dann gehen wir zum nächsten Mal. Amdi. Tschüss.